Robert Gernhardt, geboren am 13. Dezember 1937 in Tallinn, Deutsch-Rewal, Estland, gestorben 30. Juni 2006 in Frankfurt am Main, war ein deutscher Schriftsteller, Zeichner und Maler. Leben Robert Gernhardt wurde als Sohn eines Richters in Rewal geboren. Die Familie Gernhardt gehörte in Estland zur Minderheit der Deutsch-Balten und musste 1939 nach Posen übersiedeln. 1945 fiel der Vater. Nach Kriegsende floh die Mutter mit den Söhnen Robert, Peer und Andreas über Thüringen nach Bissendorf. 1946 kam die Familie nach Göttingen. Nach Abschluss seiner Schulausbildung 1956 studierte Gernhardt Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und der Akademie der Künste in Berlin sowie Germanistik an der FU Berlin. Seit 1964 lebte er als freiberuflicher Maler, Zeichner, Karikaturist und Schriftsteller in Frankfurt am Main. 1965 heiratete er die Malerin Almut Ulrich, die 1989 starb. 1990 ging Gernhardt eine zweite Ehe mit Almut Gehebe ein. Im Jahr 1996 musste er sich einer schweren Herzoperation unterziehen. Gernhardt war 1999-2000 Stipendiat am Wissenschaftskolleg Berlin und verbrachte 2006 eine Zeit als residenter Autor an der University of Warwick in England. Am 30. Juni 2006 erlag er in Frankfurt am Main einer Darmkrebserkrankung, von der er seit Juli 2002 Kenntnis hatte. Er wurde auf dem Frankfurter Hauptfriedhof beigesetzt. Werk Von April 1964 bis Dezember 1965 war Gernhardt Redakteur der Satirezeitschrift Pardon, wo er 1964 einer der Mitbegründer der Nonsensbeilage Welt im Spiegel war, die bis 1976 erschien und die neuere humoristische Literatur erheblich und maßgeblich beeinflusste. Gernhardt hatte eine Reihe von Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen unter anderem in Berlin, Frankfurt am Main, Basel und Regensburg. Er war Mitglied des Deutschen Künstlerbundes. Zusammen mit F.W. Bernstein, F.K. Wächter, Klodwig Poth, Eckhardt Henscheid, Bernd Eilert, Peter Knorr und Hans Traxler war er Mitbegründer der neuen Frankfurter Schule, deren Publikationsorgan nach der Zeitschrift Pardon das Satiremagazin Titanic wurde. 1974 liefen im hessischen Rundfunk sechs Folgen der Sendungen Help, ein satirisches Aushilfsmagazin, das in Zusammenarbeit mit Peter Knorr entstand. In den 1980er Jahren war Gernhardt gemeinsam mit Bernd Eilert und Peter Knorr unter dem Kürzel GEK-Gruppe als Co-Autor diverser Otto-Shows tätig. Er gab auch Bücher von Otto Walkes heraus und war am Drehbuch von vier Otto-Filmen beteiligt. Mit Glück, Glanz, Ruhm, 1983, Gedanken zum Gedicht, 1990 und Der letzte Zeichner, 1999, trat Gernhardt als Essayist hervor. Schon seit Beginn der 1980er Jahre veröffentlichte Gernhardt Gedichte. Wörthersee, 1981 und wurde im Laufe der 1990er Jahre zunehmend auch von der Kritik als bedeutender Lyriker anerkannt. Zu nennen sind vor allem die Gedichtbände »Weiche Ziele«, 1994, »Herz in Not«, 1996, »Lichte Gedichte«, 1997, »Die K-Gedichte«, 2004 und »Später Spagat«, 2006, Posthum erschienen. Er gilt heute als einer der wichtigsten zeitgenössischen Dichter deutscher Sprache. Sein Werk hat sich dabei von den Nonsensversen und den humoristischen Formen der 1960er und 1970er Jahre zu einer vielseitigen Lyrik weiterentwickelt, die Gernhardt auch stets um neue Töne erweiterte. Die Erfahrungen der Herzoperation verarbeitete Gernhardt in dem aus 100 reimlosen Siebenzeilern bestehenden Gedichtzyklus »Herz in Not«. Auch über seinen Kampf mit dem Krebs ab 2002 verfasste er mehrere Gedichte, die den ersten Teil der K-Gedichte darstellen. Seit 2003 las er in der Sendung »Druckfrisch« in der ARD regelmäßig ein zeitkritisches Sonnett. Im Wintersemester 2005-2006 hielt er als Heine-Gastprofessor dieselben Vorlesungen über Lyrik an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die er fünf Jahre zuvor auch im Rahmen der Frankfurter Poetik-Vorlesungen gehalten hatte. Gernhards Nachlass liegt im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Aus den rund 40.000 Seiten umfassenden Aufzeichnungen in den sogenannten »Brunnenheften« wurde 2011 der Band »Toskana Mia« herausgegeben, der eine Auswahl aus Gernhards Notizen, Versen und Zeichnungen enthält, die er während der Jahre 1979 bis 2005 in seinem Haus in der Toskana zu Papier brachte. Pseudonyme Zitat Ein wichtiges Datum ist dann der Februar 1970. Von da an haben wir Wims in eigener Regie gemacht. 1971 ist wieder ein entscheidendes Datum. Lützel Jemann gibt sein Pseudonym auf. Ich habe das dann in einem langen, strategisch breit angelegten Überleitungsprozess, ähnlich wie von Coca-Cola zu Coke, von Lützel Jemann über Robert Jemann-Gernhardt zu Robert Gernhardt gebracht. Zitat Ende Die Erzähler in seinen Geschichten haben oft Namen wie G. oder Norbert Gamsbart und sind augenscheinlich eng an den Autor angelehnt. Mit ihrer Hilfe kann Gernhardt Ansichten verbreiten, die im Wesentlichen die eigenen sind, aber von denen er sich jederzeit distanzieren kann, mit dem Hinweis nicht er, sondern seine Kunstfigur habe sie geäußert. Zitat Ende Hans Menz ist ein Sammelpseudonym, unter dem im Titanic-Magazin verschiedene Autoren die Rubrik Humokritik verfassen. Robert Gernhardt-Preis Im Dezember 2008 stiftete die Landesbank Hessen-Thüringen im Andenken an Robert Gernhardt den beim Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst angesiedelten Robert-Gernhardt-Förderpreis, heute Robert-Gernhardt-Preis. Er wird seit 2009 jährlich an je zwei hessische Autoren vergeben, um es ihnen zu ermöglichen, ein besonderes literarisches Projekt zu verwirklichen. Das Preisgeld beträgt für jeden der beiden Preisträger jeweils 12.000 Euro. Sie hörten den Artikel Robert Gernhardt, gesprochen am 25. Juni 2013 von Erik Rastetter. Der Artikel findet sich unter www.de.wikipedia.org-wiki-robert-gernhardt. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentationen. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017